hallo und herzlich willkommen hier zu einem ganz kurzen gameplay mitschnitt wir sind immer noch unterwegs auf der argendorf 2.3 und dabei ist wieder der mike und wir bewegen uns mal ganz kurz ein bisschen über die map der mike ist gerade auf der 3 unterwegs und ja genau raps bist du dabei ja und ich bewege mich mal hier so ein bisschen über die map ein bisschen erkunden was wir alles noch so machen könnten und ja was haben wir denn hier noch beigsam haben wir nicht schon sägewerk ja das ist der holz verkauf den wir haben das andere sägewerk ist das was du brauchst um bretter paletten herzustellen ja ich sehe es gerade aber die bretter paletten brauchen wir auch wenn ich nachher meine blümchen um ein gemüse anbauen will ja zum anbauen nicht aber zum zum betrieb nehmen sagen wir mal so ja also müssten wir das eigentlich haben früher oder später ja sonst kannst du hier so ziemlich fast alles knicken weil die paletten genauso wichtig sind wie schmierstoff ja du bist jetzt gerade am erden kann ich mich doch eigentlich darum kümmern oder sicher gucken wir mal wie teuer das ist 357.000 ich bin jetzt auch schnell nicht eingeloggt was haben wir auf dem konto 44.800 ouch 44.800 also sagen wir mal rund 45.000 müssten wir ja nehmen wir die 357.000 komplett auf würde ich sagen dass wir immer noch ein bisschen puffer auf dem konto haben ja wir an den anderen kredit hier vom vom na sag mal schnell vom holz verkauf also vom alten sägewerk den haben wir natürlich schon komplett bezahlt bist du eingeloggt ja ich bin eingeloggt ja ich möchte jetzt ungern mal das passwort eingeben ja kannst du mal in die bank reingehen und mal kaufen ja das gute sägewerk ich bin echt gespannt drauf aber ich denke mal das ist das standard sägewerk ja so wie ich sehe von maro das was hier verbaut ist ja ganz normal ist jetzt 375.000 ja ganz normal standard irgendwas müssen wir doch hier rein kippen ne ach das ding nee das ist nicht standard quatsch das ding braucht auch schmiermittel ne was ich denke du brauchst du ziemlich alles schmiermittel machen wir laufzeit ne woche oder was ja bis dahin haben wir das wow können wir das schmiermittel irgendwie anders herstellen nee nee verdammt so hast du getauft eigentlich schon ja dann bin ich eingelogt komm mal in den ich habe kein geld auf dem konto oder kommt er erst nö eigentlich müsste er gleich da sein bei mir ist nix ja gut dann muss ich jetzt mal ganz kurz das passwort eingeben aber wir werden das natürlich weg piepen piep dann brauchst du jetzt natürlich nicht reinkommen dann brauchst du jetzt nicht reinkommen ok also ich bin jetzt eingeloggt hast du aufgenommen also neuer kredit beantragen bla 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 also jetzt habe ich noch nichts weiter gemacht dann dann hau rauf ne ne dann mach du mal ok so sind hier die ganzen apps schon wieder weg ist das für ein scheiß ach so ja sehe ich auch gerade hier jetzt müssen wir das mal wieder kaufen hier ah ja gut ja aber die bank ist ja da ähm vielleicht habe ich gesagt 375.000 also müssen wir der kredit 3 nehmen ähm 350 75 tage haben wir eine woche kredit 7 tage aufnehmen tap schließen yo tap schließen so schiding so jetzt haben wir das sägewerk ähm ja so zwischendurch werde ich euch denn hier so ein bisschen äh das äh ja alles zukommen lassen wie ich hier die ganze sache in angriff nehmen werde hatte ich